In einer digitalisierten Welt wird es keine Autos mehr geben. Stattdessen gibt es fliegende Fortbewegungsmittel und Drohnen, die mit Strom betrieben werden. In der City werden Lieferungen von Drohnen schnellstmöglich geliefert, ohne dass man seinen Ort verlassen muss. Durch die Überwachung an jeder Ecke ist die Privatsphäre nicht mehr gegeben. Die Datenvernetzung sorgt dafür, dass alles zu jeder Zeit festgehalten wird und erleichtert die schnelle Kommunikation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017